Die Krähenfüßenbehandlung durch Fachherzter für plastische und ästhetische Chirurgie, das ist der Wunsch vieler Patienten, wenn die sicher in der Augenregion behandelt werden möchten, da auch hier natürlich viele Probleme auftauchen können, wenn man nicht die Erfahrung hierzu besitzt, auch wenn diese Behandlung jetzt sehr einfach ausschaut und die Behandlung dann innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt wird, können hier Risiken auftauchen. Das kann auch zum Beispiel sein, dass Botox dann in einem anderen Kanal in das Augenbereich rumläuft oder auswandert. Deshalb sollte die Behandlung immer durch einen Fachherz für plastische und ästhetische Chirurgie durchgeführt werden.